So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nextest in Street Black Flag. Ja, in der letzten Folge habe ich mir das Spiel abgeschlossen, aber wir haben noch einige Sachen zu erledigen. Zum einen die Schatzkarte. Das habe ich komplett verpeilt. Das habe ich erst gesehen, als ich die Jackie aufrüsten wollte und habe dann gesehen... Ups! Warte mal, ist das hier gar nicht... Doch, hier müsste irgendwo die 94 sein. Ja, als ich dann gesehen habe, dass wir zum Beispiel für die Pulverfässer und noch für andere Sachen die Elitepläne benötigen... Und die Elitepläne kriegen wir ja, wenn wir die Schatztruhen finden. Deswegen ist mir das dann erst wieder eingefallen. Und ich habe die Jackie soweit komplett aufgerüstet. Das war total toll. Ich habe bestimmt nur zwei Stunden gefühlt benötigt. Und rein theoretisch müssten wir doch jetzt hier... 749, 26. Sieh mal. Also hier... Huch! Okay, ich habe es markiert, oder? Ja. Weil ich glaube... Dass wir trotzdem noch einige Schatztruhen vor uns haben. Muss ich ja mal gucken, wie viele Truhen wir schon gefunden haben. Von den Vergrabenen. Müsste ich hier sein, oder? Hallo? In der Nähe... Warte mal. Hier. Ha! Aber es wurde mir gar nicht angezeigt, dass ich hier für eine Schatzkarte habe. Ah! Ich kann es sogar überspringen. Die... Wow, die schlankere Lyonsfigur. Hm. Toll. 13 von 22. Da haben wir ja noch viel für uns. 333, 650. Okay. 333, 650. Ich... 333... Ja. Gut. Hm, das ist eigentlich ganz einfach. Oh, nee. Oh. Gut. Schön. Stein. Ja. Gut. So, wir haben dort die Mühle. Guck, 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 guck! Ui, 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 ui. Wow, Edward. Allo? Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt jetzt hier noch? Ne, ich glaube, das haben wir überhaupt. So, also wir haben das hier dann haben wir hier dann das Häusel Dann haben wir hier dieses Heugelumpen So, dann müssen wir hier weiter So Und dann Hier entlang vielleicht? Ich weiß es gar nicht Ah ja doch, oder? Dann muss das rein ja richtig hier sein, oder? Ja Ich habe gesehen, wir haben einen Plan für das Mörserlager Ich hoffe nur, dass wir keine weiteren Materialien benötigen So, ich will doch gucken, was wir von der Schatzkarte noch haben Äh, 55 Aber warum wurde mir denn das nicht angezeigt? Oder habe ich die Schatzkarte hierfür? Achso, warte, na Obwohl, warte mal Wir können gleich mal gucken Wir haben ja den Eliteplan Kaufen Und noch 5000, okay, wir brauchen wirklich nur das Geld dann dafür, das ist natürlich dann sehr schön So, meine Flotte Also hier rötig Wo sind die alle noch unterwegs? Ja Ein königlichen Convoy mit nur 1000 Reals drin Wow Nochmal gucken, wo dann diese wundervolle Wo die Schatztruhe sich befindet Aber rein theoretisch hätte mir das doch angezeigt werden müssen Oder habe ich das total übersehen Warte mal Achso, eh halten Oh, sie haben eine Schatzkarte Habe ich Ich muss das ja zugeben, dass ich diese Rechten Einblendungen oder Meldungen ja überhaupt gar nicht wahrnehme Weil das ja meistens immer das gleiche ist Und ich nehme mir nur so Ja, du weißt doch schon alles Deswegen kann es sein, dass ich das zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht gesehen habe Aber ich bedachte, da ist eh nur das nur noch 15 Dingens einfach drin Deswegen, ja Zum Beispiel Lufttaschen, schwimmen sie noch rum Ich weiß, wie das funktioniert Oh nein Oh mein Gott Ich bin zurückgeschwommen Zurückgeschwommen Oh mein Gott, ist das peinlich Aber man merkt, ich bin gerade ein kleines bisschen verpeilt Weil ich hätte es anhand der Tauchglocke Die unten auf der Karte ist eigentlich sehen müssen Ja, ich will Boah, jetzt werde ich schon wieder hier bis sehen Ja Ja, also So, wir tauchen jetzt mal hoch Das ist ja wirklich peinlich Das ist ja wirklich peinlich, ey Aber die Quallen sieht schon echt schön aus Muss ich jetzt hier runter Nein Bin schon hier gekommen Ja Warte mal, ich muss Ach da Jetzt wäre es fast schon wieder so weit gewesen Ich muss sagen Ich muss sagen, ich könne das nicht Ich hätte zum ersten nicht so viel Lungenvolumen wahrscheinlich Also schon bestimmt An sich genügend Lungenvolumen Aber Das anzutrainieren ist dann schon gleich ein bisschen Ja ja Heavy So, warte mal Das ist schon noch hier, oder? Ja Aber allein der Gedanke Okay, du musst es mit dem, was du in der Lunge hast Mit dem Sauerstoff zurechtkommen Und du weißt nicht, wann die nächste Lufttasche kommt Oder ob du jemals wieder Hier hinkommst Also Wo Luft ist Da würde ich schon durchdrehen Das würde ich schon allein psychisch einfach nicht hinkriegen So 565, 539 565, 539 565 Aber ich glaube, das wurde mir ab und zu angezeigt Und dann habe ich mir gesagt Oh nö Oh Was war das denn? Sie haben eine Schatzkarte Wow Genau Ne, die hat Wir haben hier noch eine Palme Hier und hier vielleicht Ist eigentlich nur eine Palme, nämlich Gut, da können wir mal reinschlunzen Wir müssen nach einer Palme ausverhalten Die auf einem Pelsen steht Oh Na ja, schon ein kleines bisschen Auswahl Können die ja eigentlich sein, oder? Nja Hallo Hä, hat er den gerade im Brand gesteckt? Oh No, 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 no Mal Das abkühlen Das abkühlen Ich habe eine klare Fixer an ihm Schiep ihm auf Schiep ihm auf Ich habe eh gedrückt So Jetzt lasse ich mal in Ruhe Hier nach meiner Peine Oh Oh, haben wir ja schon Hast du mir sogar hervorgehoben? Ah, habe ich doch gar nicht gesehen Achso, ich kann es überspringen, ne? Ich kann das doch jetzt Ach, okay So Dann 479 478 479 479 97 war das doch, oder? 479 478 Oh, nein Oh, nein 489 468 459 498 155 469 509 509 509 409 509 909 41 509 41 Ich muss mich mal kurz konzentrieren, nicht, dass ich nicht wieder irgendwo vor ich abbiege und dann wieder zur Tauchglocke schwimme. Übrigens, ich weiß, es sind Muränen. Es sind keine Nemuren oder Memuren, es sind Muränen. Das habe ich jetzt mal endlich googeln können. So. Jetzt hier durch. Oh nein. Oh. Kamera. Hallo. Warte mal, ich bin nicht wieder verwirrt. Ich muss hier entlang, nicht? Ja. So. Muss es ja hier sein. Ja. Ich halte eh getrüft. Ich möchte das nicht immer angucken. Ich weiß doch, wie er das macht. Wir brauchen noch zwei Pläne. 901, 263. Okay. 901, 263. 901, 263. 901, 263. 901, 263. Petite Kaverne, die kleine Kaverne. Oh, sieht auch sehr erotisch aus, wie du das gerade dran hattest, Edward. So, also, wir müssen hobbeldihop und dann dorthin, okay. Die Kaverne kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass es sie gegeben hat. Edward. Ellie, Edward. Ach doch, so, warte mal. Ich muss irgendwie zu diesem Schiff, oder? Oder? Das wäre halt cool. Ich meine, rein theoretisch. Also, was war das denn jetzt? Ah, uh, ja. So, ich brauch nämlich noch ein paar Kugeln. Hm. Was ist vielleicht hier? Ach nee, warte mal. Oh, verdammt, hier der... Okay. Feicht interpretiert. Ich muss in die Richtung. Ich muss in die Richtung. Genau, du hast nicht mehr... Ja, 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 ja. Moment, ach so. Boah. Ich hab schon voll den Knall. So, warte mal. Äh, ich kam von hier... Dann muss es irgendwo wie hier was geben, oder? Hier zum Beispiel. Ich möchte mir diese Szene nicht immer anschauen müssen. Hallo, ich drücke doch schon seit fünf Jahren, eh. So. Dann haben wir die 6, 7, 9, 3, 8, 1, 6, 7, 9, 3, 8, 1, 6, 7, 9, 3, 8, 1, 6, 7, 9, 3, 8, 1. Ah, jetzt müsste rein, Tio. Okay, wir machen einfach mal schnell Reise. Und es müsste dann irgendwo dort hier in der Nähe sein. Warte mal, ich hab das hier. Dann muss ich das... Warte mal, muss ich das anders lesen? Ne, hier unten? Warte mal. Ne, das muss hier irgendwo sein, oder? Ah. Oder? graben hätte ich gar nicht so weit von der chicky hinterspringen müssen, oder? ne, es ist gar nicht von der chicky ich halte doch schon eh es ist doch so, es ist von der chicky naja achso, ich muss gucken, was haben wir denn jetzt als nächstes 502, 4, 4 502, 4, 4 502 wo bin ich denn jetzt? ach so 502 oh, okay ich muss nach ip was auch immer das gewesen ist für eine providencia aha okay, moment also ich muss hier irgendwo ich muss hier irgendwo warte mal, kann ich mir hier irgendwo ach hier bestimmt, oder? kann ich mir vorstellen ja so, moment so also wir haben hier dieses Dingens so, da müssen wir an Land zu den Steinen ach bestimmt hier, oder? man kommt von hier da drüben so, da haben wir hier den Stein und der liegt dann in der Mitte in so einem Rand, wo wir dich hier liegen, oder? in drinnen und wir haben das mit den drei Palmen so und dann haben hier, dann müssen wir das nicht oh oh was ist denn das für ein Stein? oh 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 So, meint sie den hier, ne, wir kommen von hier. So, dann laufe ich hier hin. Muss hier auch irgendwas sein, oder? Das passt doch gar nicht. Du musst, ich muss hier gerade ausgehen und habe das. Das passt doch gar nicht. Oh, da tue ich mir das ja an dem Schiff aufhängen. Ich habe das hier. So, dann gehe ich da durch. So, ich muss da durch und dann leicht nach links. Ich verstehe das nicht. Was ist hier irgendwo? Hier oben. Nee. Das muss ich mir mal näher anschauen. Dann würde ich sagen, mache ich das in der nächsten Folge. Und dann werden wir in der nächsten Folge zusammen mit den Schatzkarten beschäftigen. Und wenn Zeit da noch bleibt, können wir uns dann an dem ersten legendären Schiff versuchen, damit wir dann wirklich die Jackie voll ausgerüstet haben. Oder muss ich... Warte mal. Muss ich vielleicht... Eigentlich hier gerade ausgehen, aber das... Ich schaue mir das einfach im offenen Mal an. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und ja, dann werde ich euch auch zeigen, wo man das finden kann. Und vielleicht ist es für mich dann schlüsslich oder auch nicht. Weil ich checke gerade wirklich überhaupt nicht die Schatzkarte. Kann das sein, dass ich nicht vollkommen falsch bin. Aber naja, das werde ich dann hoffentlich in nicht allzu langer Zeit herausfinden. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und dass die heutige Folge euch gefallen hat.